Also doch wieder runter. Scheiße. Oh, der Sprung war eh geil, von daher. Der müsste eigentlich das Ding zerplatzen. Du sagst jetzt mal dir wie. Was ist das hier? Kommt, Geschwister, beenden wir uns. Erd das Feuer! Du hier, Diener des Feuer! Zu heiß! Bleibt finalen! Irgendwas mit Rache gegeistert, kann ich jetzt auch nicht wissen. Okay. Dann ist wieder so ein komisches Ding, da riecht das auch ein Scherz. Ich glaube, ich geh erstmal nach rechts, scheiße. Ich dachte, ich wär weit genug. Links entfernt. Okay, 63 Meter da oben. Was bin ich da hoch? Wann schon sagen. Okay. Missed! Missed! Wegen! Ah! And der nicht. Ah, verstehe. Oder, verstehe ich nicht, ich weiß nicht, wenn ich den hier wegnehme, kann ich auch noch hinter, eins nach dem anderen, um. Lass uns in Frieden. Okay. Wirf eine Goldmisse hinein, müssen die Feuerrüsen in ihrem eigenen Quarmer stecken. Oh, das sind aber einige. Ja. Hmm. Hmm. Oh. Ich habe noch nicht gesehen, wo der hin sei. Genau, kommen wir an. So, jetzt sind wir gut hier. Okay, das war eine Ruhr. Hmm. Wir müssen dabei vielleicht beide reinziehen. Kann natürlich sein. Hmm. Hmm. Das ist schon wieder eine gute Frage. Ich sehe hier eigentlich erstmal nichts. Wenn wir hier sonst hingehen könnten. Hier sollte ich vorsichtig sein. Hmm. Hmm hm 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 So, was liegt denn da unten? Okay, dass ist auch nur Erz Da ist er runtergefallen? Ja. Ja. Dann mal auf der hoch. Ja, auch mal schon. Okay, soviel dazu. Wie bin ich denn hier eigentlich? Ja, ich hab's wohl gefunden. Sehr schön. Dann brauche ich ja noch was mal sehen. Wo bist du denn? Noch eine Etage höher. Jetzt sind hier noch eine Etage höher. Okay. Ja. Hm. Was ist denn hier? Okay. Offenbar geschaffen um ein Tieranzug hätten und offenbar nicht stark genug. Okay. 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 Mal schauen, wo es da draußen lang geht. Okay. Hm. Okay. 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 Let's um. Okay. 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 So, wir gehen hier in. Dieser Ort wird gut bewacht. Hmm. Naja, aber macht hier keinen Sinn. Hmm. 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 Hier fehlt auch, glaube ich, so eine Kugel. Hmm. 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 Ich will mal schauen, wie das von außen aussieht hier. Wenn das nicht drauf scheint. Okay, genau. So ein kleines Ding hier. Das wäre also grundsätzlich mal bei beiden möglich. Ja, beziehungsweise bei 4, bei 3 genau zu sein. Aber nur eine ist wichtig. Ah, jetzt verstehe ich. Ich wundere mich schon die ganze Zeit, warum das Fenster hier ist. Naja. Deswegen ist das Fenster da. Das ist aber noch nicht ganz. Scheiße. Ein bisschen tiefer. Ja. 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 Wo ist ich jetzt? Nicht da hoch. Geht nicht rein. So, jetzt habe ich es. Sag mal. So ist er durch. Manchmal ein bisschen schwierig. Schleuder Pfeil. Schieße einen Blitzpfeil ab, der Feinde um dein Ziel betreibt und sie mit einem Ketzenblitz trifft. Schaut ja auch ganz cool an. Kann ich mal statt dem Hund nehmen, den habe ich eh fast nie benutzt. Er kommt aus Neugier. Schaffungsgeschichte. Schaffungsgeschichte. Die Gwürming von Ulta. Puh. Endlich fertig hier. Glaub ich. Oder habe ich noch irgendwo Schätze die übersehen. Von der Altstadt. Ne, sieht aufgeräumt aus. Kann ich ja mal hier ein bisschen weitermachen. Oder Story noch. Na doch, wollte ich jetzt noch nicht. Ist aber auch okay. Okay. Wieso habe ich jetzt den Gaul? Ne, soll mir jetzt erstmal egal sein. Dann geht mir doch mal auf den Weg. Oh ja. Ich habe ja jetzt das weg. Weil mein Glück ist so weitermachen. Die Quatschung war da nicht. Also, der war ja sehr lang Actual. Ne, so dass ich dann hier kein Glück habe. Ach, wo ist mein Junge, hat ihn wer gesehen. Ist er noch drinne. Klauschung, ein Angriff. Mein Leben gehört zu. Möge mein Tod ihm umbeschéren. Na sage mal Ich wollte doch hier nur fröhlich durchreiten Hohoho! Huuuuh, das war flammig Naja... Schön direkt in die Laufbahn